Und ein Moinsen zu diesem Mix aus VfB-News und VfB-Vorbericht vom Spiel am Samstag in Frankfurt. Mal schon ein paar Mal so, noch heute wieder selber Grund wie die letzten Male. Zeit und Ort, so es passt nicht zusammen, ich krieg's nicht hin, jetzt irgendwie rechtzeitig dann vorm Greenscreen sitzen zu können und so Geschichten. Funktioniert nicht deswegen auf die Art und Weise, denke aber es ist auch in Ordnung. Wir machen erst so ein paar kleinere VfB-News, die jetzt auch nicht wirklich krass miteinander zusammenhängen und danach so ein bisschen den Teil, den ich als offiziellen Vorbericht nennen würde oder auch die Themen eben, die ich normalerweise in den Vorbericht packen würde. Nummer 1, Klimovic, wurde zum Spieler des Monats Februar gewählt, da wo jetzt am Start ist in Dänemark, äh, Dänemark, perfekt, Dänemark ist Fahr hier. Klimovic ist nach Argentinien natürlich, ähm, schon mal schöne Aktion, da scheint's dann wohl zu laufen bei ihm in Argentinien. Weiter geht's mit der Vesperkirche, da war der VfB am 1. März, VfB Fairplay-Aktionssack in der Vesperkirche, in der Stuttgart-Leonards-Kirche, einfach schöne Aktion, äh, wo hier, ja, ja, bedürftigen Leuten einfach, ne, aus der Kirche raus, Getränke, Essen und sowas, äh, ja, geliefert werden und zum Abholen, äh, ja, bereitgestellt werden und da war der VfB dabei, auch nicht zum ersten Mal, machen sie das schon seit einigen Jahren, nur eben natürlich durch Corona auch eine Pause, äh, drin gewesen, was das angeht, was den Auftritt beim VfB in der Vesperkirche angeht, so gesagt, ähm, ähm, und da waren sie wieder, auf jeden Fall eine schöne Aktion. An Alonso dran gewesen, Fragezeichen, und es bleibt auch ein großes Fragezeichen, weil es eben nur eine Quelle hat, sag ich mal, und das ist Ricky Palm, dem er durchaus, äh, ja, eine gewisse Seriosität geben kann, auf jeden Fall, der hat bestimmt seine Insider und seine Kontakte da, der, äh, Kollege vom STR-Podcast, und der hat eben tatsächlich geschrieben, ähm, dass Khedira, also Sami Khedira wohl Alonso am Haken hatte, aber Bayer war schneller, also Leverkusen ist ja auch hin. Scheinbar, scheinbar hatte man wohl dann dadurch irgendwie so ein bisschen Interesse und, ne, die Real Madrid-Connection von Khedira und Alonso, ähm, Xabi Alonso, ähm, hätte uns vielleicht fast den Trainer beschert, der jetzt bei Bayer Leverkusen, äh, am Start ist, aber gibt es dazu keine Artikel oder sowas, nur ihn hier als Quelle fand ich trotzdem, äh, ja, Interessantes zu erwähnen. Gromis SBC, für die Zocker, zu denen ich mich irgendwie ja auch fast gar nicht mehr richtig zählen kann, weil ich, ich glaube, Ultimate-Team in FIFA schon so lange nicht mehr aufgemacht habe, ey, also der Reiz ist irgendwie komplett verflogen an dem Spiel, aber ist ein anderes Thema, ähm, weil was ist das Einzige, was mich wirklich Reiz an dem Spiel, an dem Modus-Ultimate-Team, sind die VfB-Karten, die VfB-Special-Karten, sei es dann Nartai, sei es ein Sosa, ein Silas, dies, das, Gommis auch als Hero-Karte, jetzt gibt es ihn wohl bald als Fantasy-Foot-SBC, also eine SBC-Karte von Gommis, 90er-Rating-Visier, ja, als Prognose drin, ähm, den wird es wohl einmal als VfB-Karte quasi geben, als VfB-Version, einmal als Florenz-Version, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, sind alles nur Leaks, aber von Twitter-Accounts, die mehr oder minder immer richtig liegen, ähm, da auch so ein bisschen scheinbar dann, äh, spieleabhängig, also wenn der VfB dann irgendwie mal wieder ein Spiel gewinnt, ähm, im gewissen Zeitraum, dann kriegt auch die Gommis-Karte ein Upgrade, auf jeden Fall ein schönes Ding, und mal gucken, ob ich irgendwie ein paar Coins zusammengekratzt bekomme, trotz meiner Inaktivität, äh, in dem Spiel, um mir dann die Gommis-Karte holen zu können. Mehr Kohle durch die DFL, auch hier ein Fragezeichen, äh, da ist ja bei uns eine ganz interessante Situation, dass wir mit, äh, Werle als Vorstandschef auch einen haben, der eben da auch in Richtung DFP, DFL irgendwie mit am Start ist, ich glaube, DFP ist es da, ähm, und der hat sich immer geäußert gehabt, äh, zu dem Thema, dass er die DFL vielleicht einen Investor, äh, holt, bekommt, wie auch immer, ähm, dass man sich eben damit beschäftigen muss, weil andere Ligen haben auch Investoren, ist ja klar, und an und für sich muss ja ein Investor nicht immer was Schlimmes sein, ne, nicht immer was Schlechtes sein, aber natürlich auch da behutsam auswählen, ähm, und interessant hier eben, die Bedingungen müssen aber stimmen und das Geld mehrheitlich bei Klubs wie dem VfB Stuttgart landen, und damit natürlich nicht eigensinnig für den VfB, also irgendwie weiß es schon, aber nicht komplett, sondern einfach Klubs wie dem VfB, also eben, äh, Klubs, Traditionsklubs, die eben auch, ne, Zuschauer mitbringen, Interesse an der Bundesliga mitbringen, also das ist ja auch das alte, leidige Thema, von wegen hier, Hoffenheim bekommt mehr TV-Gelder als der VfB oder als Schalke, was ja auch rein faktisch und von den Leuten, die immer zugucken und einschalten, gerade bei Einzelspielen, gar keinen Sinn ergibt, äh, und ja, in die Richtung wird das wohl gehen, was hier der Herr Werder gemeint hat. Keine Ausnahmen bei 50 plus 1, und das ist ein schöner Artikel und eine schöne, ja, eine schöne Anpassung bei der 50 plus 1-Regel, auf die sich die DFL geeinigt hat, nämlich dass es eben diese, äh, sogenannten Förderausnahmen nicht mehr geben sollen wird, wird, war es deutsch, keine Ahnung, ähm, von diesen Förderausnahmen profitieren eben aktuell Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim, bei Hoffenheim hat man auch schon vor kurzem die Artikel, dass, äh, die sowieso von sich selbst freiwillig zurück in den Kreis der 50 plus 1-Clubs zurückkehren wollen, ähm, genau, das heißt, da brauchst du halt, äh, mehr Mitsprache für den Mutterverein bei Leverkusen und Wolfsburg und sowas, und das ist auf jeden Fall schon mal, auf jeden Fall ein positiver Schritt bei dieser Thematik, 50 plus 1, die sich ja auch irgendwie seit Jahren nicht groß bewegt, also auf jeden Fall auch nicht in die Richtung bewegt, dass er abgeschafft wird, das war ja auch keiner, Kicker hier natürlich auch wunderschönerweise genau das Bild genommen von der VfB-Kurve, unverhandelbar, 50 plus 1 bleibt, haben da den Banner vom VfB genommen, schönes Ding, äh, auf jeden Fall, ja, eine Bewegung in die richtige Richtung, auch gerade bei den Vereinen da. Mitgliederversammlung haben wir ja auch, nicht demnächst, aber bald, ähm, am 17. September steht jetzt der Termin fest, 17. September, äh, wird es wieder die Mitgliederversammlung beim VfB geben, in der Schar-Arena in Stuttgart, und, ja, genau, Einladung, exakte Uhrzeit, Tagesordnung folgt fristgerecht, schreibt der VfB, das kommt ja alles noch, ist noch ein bisschen weit weg, aber der Termin steht fest, 17. September gibt es die MV-Ansetzungen, das hatte ich auch in die Instagram-Story reingepackt, auch hier wie immer gerne mir auf Insta folgen, um schneller bei den Thematiken am Start zu sein, als eben in diesen, äh, zusammengefassten VfB-News-Formaten, ist ja ganz klar, ähm, Wolfsburg-Wismar schon, 18.03. um 15.30 Uhr am Samstag, das letzte Spiel vor der kurzen, einwöchigen Pause, auch der letzten Pause in dieser Saison, danach geht es volle Kanne durch, bis dann Saisonende, neu angesetzt wurden jetzt hier auf den ersten Schlag vier, dann kam später noch ein fünftes Spiel dazu, aber erst mal die ersten vier, wir werden bei Union Berlin spielen, auch Samstag 15.30 Uhr am 1.4., ähm, dann Bochum am 9.4., 17.30 Uhr am Sonntag, Auswärtsspiel, das ist ein sehr, sehr wichtiges Auswärtsspiel in Bochum, zwischen den beiden Spielen ist ja am Mittwoch, dann noch am 5.4. um 18 Uhr, das Auswärtsspiel im Pokal in Nürnberg, 28. Spieltag, 15.04., Samstag 15.30 Uhr, das ist die beste Uhrzeit zu Hause gegen Borussia Dortmund, und Freitagabendspiel, 29. Spieltag, 21.04. geht's nach Augsburg, am Freitagabendspiel, 20.30 Uhr, wie gesagt, wurde noch ein Spiel dazu, ja, irgendwie kam noch irgendwie zwei, drei Tage später, warum auch immer, 30. Spieltag ist auch zeitgenau angesetzt, Heimspiel gegen Gladbach, 29. April, ein Samstag um 15.30 Uhr, da können wir uns wieder sehr, sehr glücklich schätzen, was die Ansetzungen angeht, hat hier auch jemand, ja, das mal ausgewertet, eben das Samstag 15.30 Uhr Ranking, was ja jeder gerne hätte als Fußballfan, 15.30 Uhr zu spielen, Samstagmittags, oder die Fußballuhrzeit, da sind wir wirklich mit ganz weit oben dabei, also hier 17 Mal nach 29. Spieltag, mit dem 30. sind es ja sogar 18 Mal dann, und der Gegner vom 30. Spieltag ist ganz unten dabei, Gladbach, nur sechs Mal, nur sechs Mal Samstag 15.30, jetzt sind es sieben Mal dann nach 30. Spieltag, mit dem 30. Spieltag, das ist schon extrem, extrem wenig, wir sind ganz oben dabei, es gibt noch Hoffenheim, die gleich viel haben, dann hat Bochum 18, Augsburg 19, und Mainz und Wolfsburg 19, bei Gladbach halt auch irgendwie fraglich, weil, warum spielen die ständig irgendwie dann wohl Freitag, oder Sonntag, oder sowas, wenn die ja nicht mal europäisch spielen, weil bei anderen Klubs kannst du es ja irgendwo herleiten, europäisch spielen, kriegen so oft einen Sonntagstermin, ist ja bei Gladbach auch nicht am Start, also die hat es schon ziemlich hart erwischt, mit den ganzen Ansitzungen. Und jetzt kommen wir zu einem Part, den ich so ein bisschen als Vorbericht nennen würde, mit Themen drin, die ich auch im Vorbericht quasi rausnehmen würde, für wichtig genug halten würde, die in den Vorbericht zu nehmen, und eben nicht wie die VfB-News, die auch mal, ja, thematisch ein bisschen länger auf sich warten lassen können. Wir fangen an mit das alte Lied, weil hier hat einer auf Twitter das rausgearbeitet, die Bilanz mit 19 Punkten aus 23 Spielen, gab es natürlich nicht, ist nichts Neues, das mit der Punktzahl nach 19 Spielen dasteht, gab es schon ein paar Mal, und die Bilanz seither sind zweimal abgestiegen, zweimal am letzten Spieltag gerettet, und zweimal früher gerettet, eben mit 19 Punkten oder weniger aus 23 Spielen. Das heißt, noch nicht alle Hoffnung irgendwie verloren, aber zweimal abgestiegen, zweimal am letzten Spieltag gerettet, und zweimal früher, heißt, was ja auch logisch ist, brauche ich nicht zu erzählen, fand ich trotzdem hier auch statistisch gesehen, nochmal interessant, das wird eine sehr, sehr enge Nummer. VfB 1 zu 2 Bayern, mache ich es ehrlicherweise einen Ticken, ja, einen Ticken schneller durch. Erstmal nochmal geil, dass sie auch ein Video rausgebracht haben, KanschelkurveTV, mit der ganzen Pyro-Action, sehr, sehr geiles Ding auf jeden Fall, und was wir jetzt auch noch am Start haben, deswegen sage ich, werde ich nicht so viel dazu sagen, ich habe ja meine Stichpunkte, das ist, ich sage mal, ein neues Format da, nach dem Spieltag, wo ich auf so meistens 5 Stichpunkte eingehe zum Spiel, das heißt, da gab es auch schon viel zu bequatschen, dort, gerne abchecken das Video, ganz interessant, auch schöner Titel gewählt von Vertikalpass, die das hier repostet haben auf Twitter, mit ziemlich beschissener Situation, weil es gab ordentlich, ordentlich Taubenschiss in Block 46D, also ganz, ganz wilde Nummer, wilde Bilder, ich hoffe, da geht der VfB mal ran und putzt, Kickernoten, ja, nichts Besonderes, irgendwie groß dabei gewesen, ich finde generell, die Noten, für die Spieler, ein bisschen arg hart, für das, dass man nur 1-2-500 gegen die Bayern, teilweise, aber ist halt so, aber interessant wie immer, eigentlich immer, wenn es der Kicker irgendwie nennt, 6-5 Chancen, laut dem Kicker, 6-5 Chancen für uns, und das Fazit, deswegen auch das Fazit kann ich 1-1 übernehmen, eben für die Meinung zum Spiel, VfB belohnt sich nicht für anständige Leistung, gegen erstaunlich unzouveräne Bayern, das passt eigentlich ganz gut, und hier, wir haben jetzt den Donnerstag, gestern die Bayern weitergekommen gegen PSG, mit ziemlichen Totalausfällen bei PSG, und hier hat einer, out of context, VfB hat schön, quasi so ein 4-Bilder-Bild hochgeladen, einmal Messi, einmal Neymar, einmal Mbappé, die alles noch nach unten gucken, weil sie nicht getroffen haben, gegen die Bayern, zwei Spiele, kein Tor von PSG, und dann da unten ein jubelnder Perea, der getroffen hat am Samstag gegen die Bayern, und Hinspieler haben wir auch getroffen, also wir haben in zwei Spielen drei Hütten gemacht gegen die Bayern, PSG null, kein neuer Trainer möglich, und es gab ja die Aussage, ich weiß nicht, ob es in der Presse stand, aber auch hier wieder von Ricky Palm, dass es auf jeden Fall möglich ist, aus dem Vertrag zu jeder Zeit, unter wirtschaftlich vernünftigen Bedingungen, hat er geschrieben, rauszukommen, also nach dem Motto, wir haben so Klauschen und sowas, dass wir sagen können, ey Labbadia, das passt so nicht, und wir müssen ihm halt dann nicht gefühlt, keine Ahnung, drei Millionen Abfindungen zahlen, oder sowas, und können da gescheit rauskommen, jetzt gibt es einen Artikel aus der STN, wo es heißt, ein Trainerwechsel scheidet ungeachtet, der sportlichen Entwicklung, ziemlich sicher aus, interne Alternativen sind rar, und für eine weitere Abfindung, fehlt das Geld, also so ein bisschen widersprüchlich, ähm, ist eh die Frage, generell, ich wäre aktuell eh nicht, für einen Trainerwechsel, aber vielleicht passiert es ja irgendwann, dass es noch schlechter läuft, so, ähm, und dann ist die Frage, was machst du denn dann überhaupt, in Sachen Trainerwechsel, weil du hast eigentlich schon die Karte gezogen, mit eigentlich dem Nummer 1 Feuerwehrmann, das heißt, die andere Option ist eigentlich dann nur, irgendjemand aus der eigenen Reihe, irgendwas aus der Jugend hochzuholen, oder halt noch eine schärfere Nummer zu machen, und quasi noch mehr Bundesliga-Erfahrung, und noch mehr Feuerwehrmann zu machen, und so eine ganz wilde Hertha-Nummer, wie Magath oder sowas zu nehmen, deswegen, ich sehe sowieso nicht, was wir denn nach Labbadia noch machen sollten, ähm, um den Abstieg abzuhalten, also was für einen Trainerwechsel sollte man jetzt machen, von dem man noch sicherer weiß, der könnte, der wird uns drin halten, so generell schwieriges Thema, aber mal gucken, ja, wie die Vertrags-Situation dann wirklich aussieht, ich hoffe eh, dass es nicht so weit kommt, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen. Willig geht, Fragezeichen, weil es kam ein Artikel raus, Nico Willig ist begehrt, Zukunft in Stuttgart, offen von der SCN, auch der Kicker hat ein bisschen was berichtet gehabt, dass es da wohl, äh, ja, Interesse an Willig gibt, ähm, die SCN nennt hier zum Beispiel, oder nennt vor allem, ähm, den SC Freiburg 2, also die zweite Mannschaft von Freiburg, die ja, glaube ich, noch in der dritten Liga spielt, oder vielleicht vierte jetzt aktuell, aber ich glaube dritte Liga, das heißt, es war auf jeden Fall ein Aufstieg für ihn von U19 zu dritte Liga, ähm, Willig hat damals auch die kurze Phase gehabt mit uns, klar, am Ende ist er als Trainer abgestiegen, aber er war nicht schuld daran, kurze Phase gehabt, wo es gar nicht verkehrt lief, wo noch mal ein bisschen Impuls reinsetzen konnte, ähm, wollte aber immer eigentlich, so hieß es immer, zurück ins, ja, einfach in den Jugendbereich zurück, wollte er nicht irgendwie einen Cheftrainer beim VfB machen, natürlich kann er sich generell mal vorstellen, irgendwann einen Cheftrainer zu machen, äh, aber es hieß eigentlich nie, dass es soweit kommen sollte, ähm, erst mal, ähm, und interessant auch, nach Kicker-Informationen, geht's willig wohl auch generell, um die Ausrichtung im oberen Nachwuchsbereich, der, ja, der Schwaben vom VfB halt so, ähm, ähm, weil es tatsächlich keine allzu große Begeisterung bei dem erfahrenen Junioren-Coach, ähm, ja, hervorgerufen haben soll, die, dass man eben die ganzen U-17-Talente, äh, sehr früh, äh, mit Profi-Verträgen, ähm, oder großen Verträgen, langen Verträgen, äh, ausgestattet hat. Irgendwie komischer Punkt, weil VfB-Fans gucken drauf und sagen, cool, Talent erstmal gesichert, passt, oder wenn irgendwer kommt, dann wird's halt teuer für die. Weiß nicht, wie man es so aus, aus Jugend-Trainer-Sicht sieht, wenn man so seine U-19-Gerate hat, dann merkt er dir, die bauen ja schon richtig, richtig auf die U-17 da unten und ich muss die ja quasi zwangsweise irgendwie einbauen, vielleicht ist das so sein Gefühl, wenn man denen so große Verträge gibt und so viel Hoffnung ihnen steckt. Auf jeden Fall eine sehr, bis, doch schon durchaus ein bisschen undurchsichtige Situation gerade, wäre, glaube ich, ohne jetzt groß tief in U-19 oder sowas drin zu sein, aber die Erfolge, die man gesehen hat, die letzten Jahre, ähm, wäre es auf jeden Fall ein Verlust, wenn Nico Willig gehen sollte. Khedira zum DFB, auch STN, ähm, ja, Bericht, Sami Khedira soll Favorit für Posten als DFB-Sportdirektor sein, ähm, wurde gemeldet, ähm, und da ist auch so die Frage, ja, wenn das passiert, dann ist ja eigentlich das Thema VfB-Berater auch erledigt, denke ich mal, ich meine, ich glaube, es sind auch ein paar andere mit Werle irgendwie so halbwegs in Doppelfunktionen oder zumindest in, die halt irgendwo anders noch ihre Funktionen haben, auch in Khedira war jetzt irgendwo mal als Experte bei The Zone dabei und sowas, das hält, das hält ja ihn davon nicht ab, sowas zu machen, weiß ich, wie, wie großflächig das dann mit Sportdirektor beim, beim DFB wäre, ob das, das ausschließen würde, dass er beim VfB weitermacht, ähm, als Berater, wenn es so wäre, dann wäre es irgendwie auch ein komisches, komischer, kurzer Stint beim VfB, der ist ja echt nicht lange da, ja klar, du hast am Trainingsplatz gesehen, irgendwie im Stadion, aber sonst auch nie groß mitbekommen, was er denn offiziell gemacht hat, gab so kleinere Berichtchen, dass er auch kein großer Missland hat, Fan war, hat er, glaube ich, auch hier die, hier die Kollegen, die früher quasi für die Datenaffäre zuständig waren, hier mit, mit Schlitten hat und so weiter, auch da was geschrieben gehabt, Fokus VfB ist es, glaube ich, genau, ähm, dass der irgendwie auch, ja, negativ in Richtung Missland hat, war, also, wenn man es jetzt ganz doof auslegt, dann wäre halt, ist ein Ghidira gekommen, hat dann irgendwie, war irgendwie mit dafür verantwortlich, dass ein Missland verkrault wurde oder halt nicht weitergemacht hat und geht dann gefühlt nach einem halben Jahr zum DFB, wenn man es mal ganz negativ sieht, ob, wie es genau ist, wie es wirklich intern war, kann auch keiner endgültig natürlich beantworten, von uns hat ja keiner die Insider so, äh, aber wäre schon eine komische, kurze Aktion, wenn es denn das bedeuten würde, dass man im VfB nicht weitermachen kann und dann müsste ich wahrscheinlich auch echt mir nochmal da sehr in den Kopf rufen, in die Gedanken rufen, dass man Spielerkarriere und Funktionärskarriere trennen muss, weil Ghidira ist für mich der absolute Lieblingsspieler, der beste VfB-Schule, den ich gesehen habe, in meiner Zeit, die ich VfB-Fan bin, also ab 2006, 2007, ne, so, der große Wechsel zu Real Madrid, Champions-League-Sieger, dies, das, große Klubs, bei uns auch einfach ein geiler Kicker gewesen, ähm, das darf dann nicht überblendet werden davon, wenn man vielleicht dann am Ende nicht wirklich damit zufrieden ist, wie denn so sein Beraterjob beim VfB bisher lief. MissentatSky90, er ist ja schon weg, äh, seit, boah, fast Dezember, Ende November, irgendwas um den Dreh, äh, war jetzt bei Sky90 am Start und hat halt ein paar Aussagen getächtigt, aber, ja, werde auch nur kurz schweifen, weil manche machen ein großes Ding draus, wie kann er sich denn nur als Ex-Sportdirektor jetzt in so einer Situation mit dem VfB äußern und sowas sagen, ich finde es ehrlicherweise nicht unbedingt, äh, dramatisch, somit die Hauptaussage war, eben, die Frage war klar, dass sie kommt, ähm, dass für ihn, ähm, Labbadia nicht der perfekte, das perfekte Match ist für den VfB, sollte, glaube ich, auch kein Wunder, dass er die Aussage tätigt, es war klar, dass ein Labbadia unter dem Missentat nicht kommt, so, er kam ja auch erst nach dem Missentat weg war, das ist ja ganz offensichtlich, dass er auch seine anderen Kandidaten hatte, ne, äh, den, den Dan und so Geschichten da, ich weiß gar nicht mehr, wie er genau hieß gerade, Torup, genau, Torup hieß er, Schreuder hat er noch irgendwie in den Gerüchten gehabt, war klar, dass so jemand wie Labbadia nicht kommt, er hat ja auch trotzdem gesagt, ähm, auch wenn er nicht der perfekte, das perfekte Match ist, dass er trotzdem glaubt, dass er es auch mit seiner Art und Weise schaffen kann, dass der VfB drin bleibt, ist ja auch ganz klar, ähm, er meint, dass es auch kein Groll gibt, kein Ärger gibt oder sowas, äh, mit, mit Werde oder so, dass er die VfB-Stelle weiterhin als erstes Sportdirektor-Kapitel sehr positiv in Erinnerung behalten wird, er ist ja weiterhin auch in Stuttgart, also ab Sommer hieß es ja auch immer, dass er sich erst ab da so ein bisschen orientieren möchte, äh, auch mit der Familie, ich glaub, Tochter hier noch Abi macht und so Geschichten, ne, ähm, er führt bereits scheinbar Gespräche, aber konkretes Angebot liegt noch nicht vor, bin mal gespannt, was er im Sommer macht, ob es vielleicht wirklich die Rückkehr, oder was heißt die Rückkehr, die Rückkehr zu Klopp wäre, aber eben, ne, eine neue Aufgabe in Liverpool wäre zum Beispiel im Sommer, wäre sehr interessant, ich glaube eh generell, dass er eher nach oben fallen wird, wie man so schön sagt, ähm, nach, nach dem Abgang bei uns, ähm, ja, und sonst gab's da ehrlicherweise nicht, nicht groß, irgendwie schlimme, äh, Aussagen oder so, irgendwie ein ganz normales Ding da halt bei Sky 90. Und was er natürlich noch gesagt hat, was auch für die VfB-Fans ist, er bei den meisten noch beliebt, hat er natürlich auch seine Fehler gemacht, auch ein paar falsche Transfers getestet, ne, ist ja auch ganz klar, aber rein als Sympathisant, äh, war er ja immer am Start, auch für die Fanbase, äh, da hat er auch nochmal gesagt, äh, weil er oft, als über den VfB ging, hat er immer noch oft vom Wir gesprochen, hat er auch gesagt, das dauert noch ein bisschen, bis das quasi raus ist, also der Mann ist immer noch mit dem VfB, äh, identifiziert aktuell. Eintracht, Frankfurt, unser Gegner, äh, habe ich ja auch schon im Talk mit ihrem Bruder Benny gequatscht, am Mittwochabend, oder wir haben gequatscht am Dienstagabend, online ging es am Mittwochabend, gerne das nochmal abchecken, falls ihr nicht getan habt, den Talk, natürlich eher, mehr Ahnung zu Frankfurt als ich, sei auch ganz klar, auch da haben wir angesprochen, das Thema mit, äh, der Champions League nächste Woche, die sie haben, Mittwochabend glaube ich, wo sie aus Neapia und aus der Politik raus, aus Italien, keine Tickets bekommen, die Auswärtsfans, äh, von Frankfurt in Neapel, was einfach komplett lächerlich ist, was, wie es auch alle sagen, auch die Aussagen von Offiziellen bei Frankfurt, ein erstmaliger Vorgang ist, im europäischen Klubfußball, dass es ein trauriger Tag ist, und dass damit so ein bisschen auch die Büchse der, der Pandora geöffnet wurde, so, also wenn, wenn, wenn die damit durchkommen dürfen, ne, so nach dem Stil, wenn die damit durchkommen dürfen, dann fangen damit auch bald andere Länder, andere Klubs an, ne, also ich hoffe, dass es auch noch irgendwie einen Nachtrag hat, dass da noch was passiert, weil das geht halt überhaupt nicht, das ist ja komplette Wettbewerbsverzerrung, da zu sagen, im Hinspiel dürfen die herkommen nach, äh, nach Frankfurt, auch da war es schon so ein bisschen Gefahrenspiel, so ein bisschen in die Richtung eingestuft, in Neapel wäre es ja auch so gewesen, aber in Neapel darf ja kein Frankfurt-Fan dabei sein, das ist schon ziemlich frech, das einzige Gute vielleicht für Frankfurt, ähm, dass es eh eine Mammutsaufgabe ist, also ich glaube, Stand jetzt, ich würde mich über ein Wunder freuen, was das angeht, äh, aber ich glaube schon, dass da Frankfurt rausfliegt, dann verpasst zumindest so gesehen kein Frankfurt-Fan was, auch wenn es natürlich keinem hilft, so eine Aussage, aber 2-0 im Hinspiel, Moani mit Rot raus, das Rückspiel noch zu drehen in Neapel wird schon ein Ding der Unmöglichkeit, ähm, außer natürlich gerade das gibt vielleicht der Frankfurter Mannschaft in sich irgendwie so eine doppelte Motivation für wegen, ey, die haben uns ja komplett verarscht, keine Auswärtsfans dabei, jetzt gewinnen wir ja trotzdem, jetzt kommen wir ja trotzdem weiter, mal gucken, aber ich glaube, dass da Frankfurt, äh, oder die Frankfurt-Fans zumindest kein Weiterkommen verpassen in Neapel, das ist aber natürlich auch noch, äh, ja, ein Thema, Thema der Zukunft, äh, für den Samstag fällt voraussichtlich, oder ich glaube ziemlich sicher, Lindström aus, schon mal, ähm, ich glaube in der PK hieß es auch, oder rund um die PK hieß es auch, dass Boree wahrscheinlich starten wird, äh, wenn ich es mich, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, ähm, also vielleicht auch so wirklich tatsächlich ein bisschen Rotation in die Richtung am Samstag, ich meine, Colomani brauchst du gar nicht irgendwie groß zu schonen, der kann ja Mittwoch eh nicht spielen, also kann gut sein, dass der auch am Samstag Gas geben darf, außer Boree ist erstmal für ihn vorgesehen, aber, ja, ein paar Verletzte haben sie, ein paar Verletzungsprobleme haben die Frankfurter, das ist natürlich der Kader echt, echt ordentlich, also die haben nicht umsonst eine Europa League gewonnen, spielen in der Champions League aktuell, ordentlicher Kader, ähm, gerade der Sturm, individuelle Klasse, wie ich auch schon mit Benni angesprochen habe, ähm, selbst wenn es ein knappes Spiel wird, die Frankfurter haben einfach diese individuelle Klasse, dass eben mal ein Moani so einen speziellen Moment hat, dann vielleicht doch das Spiel damit entscheidet, ne, wie man es auch oft kennt, Abschiedskampf passiert eben sowas, dass du ein enges Spiel hast, aber der Gegner einfach durch die eine Aktion dann irgendwie doch das Ding gewinnt, weil sie eben in der Position irgendwo besser besetzt sind, ähm, und natürlich auch klar, Frankfurt, tabellarisch und alles viel weiter oben, äh, als wir. Aufstellung, gehen wir rein, heute Donnerstag war ja die Pressekonferenz, äh, da hieß es, dass Giga Rassi mit seinem Szenen-Einriss im Addukturen-Bereich weiter ausfällt, klingt wohl sehr danach, dass es, dass der so richtig in den Kader, vielleicht sogar in den Startelf zurückrücken, wahrscheinlich erst nach der Länderspielpause der Fall sein wird, also gegen Union Berlin, ähm, Pascal Stenzel hat Muskelprobleme und ist ebenfalls keine Option für den Samstag, sonst sind alle am Start, alle an Bord, schreibt der VfB, ähm, und damit, ja, kann man auch mal ein bisschen was bauen hier in der Aufstellung, also heute steht nochmals ein wichtiges Training an, wollen verschiedene Varianten testen, auch hinsichtlich Startelf und Einwechslungen, wurde auch geschrieben, äh, von, oder geschrieben auf Twitter, gesagt von Labbadia, sagt man es so rum, ähm, deswegen würde ich auch mal ein bisschen was probieren, ne, ich mache heute mal absolut keine Aufstellung, wie ich sie vom Labbadia erwarten würde, ähm, hinten drin Bredlo, Sosa, dann wohl offiziell wieder fit, also links rein, also gut, das heißt fit, gut, völliger, völliger Fehler, der war ja nie nicht fit, der hatte einfach nur Gelb-Rot-Sperre, sorry, äh, Ito in der Mitte, Zagadu auch in der Mitte und rechts Dinos Mafropanos, nix gegen Anton persönlich, ne, aber ich will ihn auf rechts jetzt nicht sehen, Stenzel fällt aus, gab ein Artikel, dass, 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 äh, Wagnermann so ein bisschen rankommt, ne, sich auftut, aber es würde mich trotzdem wundern, wenn der in der Startelf steht am Samstag, ähm, und in der Mitte hat Zagadu seinen Job auch echt ordentlich gemacht gegen die Bayern, deswegen sehe ich auch keinen Grund, einen Anton in die Mitte zu schieben, statt Ito oder Zagadu sehe ich nicht, deswegen Sosa, Ito, Zagadu, Mafropanos, warum nicht, davor der Klassiker Karasso, Endo, Haraguchi, auch da, glaub nicht, dass da irgendwas Wildes passiert, irgendwie Mio oder sowas reinsteckt, glaub ich nicht dran, vorne dafür einige Veränderungen, äh, Diaz auf rechts behalte ich mal da, einfach weil ich gerade, auch gegen ihn nix persönliches, aber ich kann Silas mir grad nicht mehr angucken, der bringt halt wirklich, was Output angeht, was Zahlen angeht oder sowas, ne, Tore, Vorlagen, da passiert halt einfach nichts, auf Stürmer, tut er mir auch so ein bisschen leid, fast wie Anton, weil er ist einfach kein Stürmer, einfach falsche Positionen so, aber auch auf dem rechten Flügel sehe ich da nicht viel Verbesserungspotenzial, ähm, da Tomasch auch wieder fit ist, spielt er, links Tomasch, auch führe ich mal eine kleine Pause geben, vielleicht hat er auch durch eine Einwechslung ein bisschen mehr Impact mal und da ganz vorne drin, einfach mal Perea, ey, gegen die Bayern ordentlich gemacht, sein Tor gemacht, klar, du bist jetzt keiner, auf den du irgendwie flanken kannst, also, ja, war ein Kopfballtor, klar, aber ich meine so Ecken und so Standards, ist Perea nicht der Erste mit der Größe, an die du denkst, für Flanken, Pfeiffer tut sich für mich ja auch überhaupt nicht auf, generell hat er auch zum Thema Gerasillas hat es gesagt, Silas am ehesten gerade, aber der Rest tut sich nicht so groß auf den Sturm, deswegen, ey, pack doch mal Perea vorne rein. Kommen wir zur Prognose, vorhin bei Frankfurt schon angesprochen, äh, tabellarisch deutlich höher als wir, Platz 6 gegen Platz 15 aktuell, 20 Punkte, Unterschied, knackiges Ding, äh, Frankfurt 3 Punkte weg von Champions League Plätzen, ähm, gleichermaßen sind sie 5 Punkte weg vom Platz 8, also von einem nicht internationalen Platz, Ziel oder Hoffnung ganz klar auf Champions League bei Frankfurt, ähm, generell, ja, hat auch Benni ja auch ein bisschen bestätigt, so ein kleines Leistungs, ja, Leistungsnajar gerade, sag ich mal, bei Frankfurt, also da ist durchaus was drin, so, vor der Länderspielpause wäre wahrscheinlich weniger drin gewesen, jetzt ist vielleicht ein bisschen mehr drin, 2-2 in Wolfsburg, in Leipzig verloren, Neapel verloren, ja, Bremen geschlagen zu Hause, aber davor auch in Köln verloren, ne, bisschen hoch und runter, und, ja, kriegen nicht so ganz ihre Qualitäten auf dem Platz, wie sie es schon mal getan haben, was dazu bei Frankfurt kommt, wo wir drauf hoffen müssen oder vielleicht das auch mal ausnutzen können hoffentlich, ist die Standardschwäche, Standardschwäche von Frankfurt in der Defensive, also bei gegnerischen Standards, die fangen sich gerade einige, einige Gegentore nach, nach Ecken, nach Freistößen, Problem ist halt bei uns, bestes Beispiel, 17 Ecken in Paderborn und dann fliegt endlich mal eine rein, so richtig standardstark, so irgendwie Kopfbälle rein oder so, sind wir auch nicht unbedingt, ne, muss man ja auch sagen, aber auf jeden Fall eine kleine Schwäche, die man ausmachen kann bei Frankfurt, ähm, generell ist das ja ein Spiel, so das Duell Frankfurt-Stuttgart, wo man sich doch ein bisschen Hoffnung machen kann, ähm, auch die Konstellation her, weil wir eigentlich in Frankfurt echt nicht verkehrt am Start sind, normalerweise auswärts, auch vor allem früher nicht, also oft, oft gewonnen dort in Frankfurt, ähm, letzter Sieg, nur halt wirklich ein bisschen her, 2016 war das ein, 4 zu 2, war ich auch im Stadion, ähm, 2017 haben wir dann 2 zu 1 verloren, war ich auch im Stadion, und dann haben sie, ähm, ja, 3 zu 0 verloren in Frankfurt 2019, in der, ja, in der, ja, Abschiedszone in Richtung Abstieg, ähm, und danach hat man 1 zu 1 zu 21, äh, wo ja keiner ins Stadion durfte, ähm, durch Karlajcic, war es glaube ich so, dass er Karlajcic war, glaube ich auch da wieder mal die Co-Produktion, und letzte Saison war ich auch im Stadion, Mammusch kurz vor Schluss, 1 zu 1 in Frankfurt, und da gehe ich auch hin, in die Richtung, auch in die Hoffnung einfach, dass wir da irgendwie einen Punkt mitnehmen können, weil es ist gerade zu 100% möglich, in Frankfurt zu punkten, denke ich gerade, sind immer noch Favorit, aber, also Frankfurt Favorit, aber es ist möglich, oder vor allem auch möglicher, als vielleicht in der anderen Phase der Saison, in Frankfurt, ähm, deswegen hoffe ich da sehr und tippe auch, äh, auf ein 1 zu 1, wenn du eben einfach die Leistung bestätigen kannst, wie in München, das wird die große Frage sein, wie auch in meinem, in meinen Stichpunkten nach dem Bayern-Spiel, was passiert jetzt? Schalke Scheißspiel, gegen Bayern ordentliches Spiel gemacht, kommt jetzt wieder, VfB-typisch, abwechslungstypisch, ein Scheißspiel, oder haben sie es gerafft, wenn man in Frankfurt wieder so halblebig auftritt, und so selbstsicher auftritt, so, ey, gegen Bayern machen wir echt voll ordentlich, dann reicht es hier in Frankfurt auch mit, mit 75%, dann kriegst du in der ersten Halbzeit halt direkt mal 2, 3 Hütten durch, was weiß ich, durch Götze, Kolomoani, und dann gehst du in die Halbzeit rein, denkst du, ja geil, Spiel wieder vorbei, wachst auf und fließt irgendwie 3 zu 1, das ist so ein bisschen die Angst, ähm, wenn sie es aber wirklich Raffen auf den Platz bekommen, wie gegen die Bayern, dann könnte da was gehen in Frankfurt, und denen kann man auch mal einen Punkt abnehmen, ist meine Hoffnung, Stimmung wird geil, äh, wir streamen am Samstag, ich bin nicht in Frankfurt, äh, aber Stimmung wird geil, geil ist ausverkauft, auch der Auswärtsblock ist ausverkauft, 5100 VfB-Fans, das gesamte Auswärtskontingent ist vergriffen, das wird eine ziemlich geile Nummer, zwei geile Traditionsvereine, kann man schon mal Bock drauf haben auf das Spiel. Sosa-Spieler des Monats, und da wurde er tatsächlich nominiert, für den Februar, Borna Sosa wurde für den Februar nominiert, zum, ja, Bundesliga-Player of the Month, das ist ja wirklich offiziell, so bundesligamäßig, aber natürlich auch vor allem, äh, dann auch für FIFA, das ist ja auch immer eine, eine SBC-Karte, er tritt an gegen Guerreiro, Brandt, Schlotterbeck, äh, Lee von Mainz und Alphonso Davies, also, wird ziemlich sicher eh, weil es ja ein, ja, Community-Voting ist, eh Save Davies, oder halt irgendwer von BVB, vielleicht ein Brandt, ähm, ähm, aber, auf den ersten Blick komisch, weil, irgendwie zum Beispiel jetzt ein Moritz Jens oder sowas, der wirklich bockstark ist, seitdem er da ist auf Schalke, äh, äh, hat es irgendwie mehr verdient als ein Sosa, der auch auf Schalke nicht unbeteiligt war an den, an der Niederlage so, aber, klar, als EA oder wer immer das dann ausgewählt hat, äh, schauen wir natürlich auch am ehesten auf Statistiken, und da hat er halt, ne, vier Einsätze, zwei Tore, das eine schon ein Freistoßtor, äh, gegen Köln, danach das eine glückliche Tor auf Schalke, auch noch eine Torvorlage, also die Stats sind schon sehr in Ordnung von Linksverteidiger, so ist nicht, also ihr könnt natürlich trotzdem, auch wenn ich die Hoffnung nicht groß habe, dass er, dass er das Ding wirklich gewinnt, ne, aber gerne abstimmen, ähm, Link findet ihr wie immer, ja, im Sammellink einfach, ne, reinklicken, da findet ihr den Link, oder generell einfach auf Bundesliga Player of the Month suchen, bei Google, dann findet ihr auch euren Weg dahin, um Borna Sosa zu voten. Und zum Schluss noch, das ganz aktuelle von heute, von Donnerstag früh, wilder Nürnberg-Verkauf, weil das war es auf jeden Fall, habt ihr auch ein bisschen, oder vielleicht verfolgt, in meinen Instagram-Stories, ging heute Morgen los, um 10 Uhr der Verkauf, für den VfB-Auswärts-Blog in Nürnberg, der VfB-Mitgliederverkauf, war wieder am Start, mit, keine Ahnung, sechs, sieben Tabs offen, ne, verschiedene Browser offen, die Stars, ein anderer Kollege hat noch was offen gehabt, ja, 9.30 Uhr geht's ja dann offiziell rein, in eine Warteschlange, und dann bekommt man, war früher auch mal anders, bekommst du dann ab 10 Uhr einen zufälligen Warteschlangenplatz, ich glaube, früher war es schon eher in die Richtung, wer zuerst kommt, mal zuerst, hat sich auch geändert, eigentlich auch schade, weil, dann kommen eben so Sachen, oder so Glücksfälle halt zusammen, wie, wie es jetzt halt war, mit einem zufälligen Platz, dass du halt ab 9.30 Uhr, mit sechs, sieben Tabs, mit einem Kollegen noch, dann insgesamt mit zehn Tabs, oder sowas drin sein kannst, und die schnellste Warteschlange, bei beiden, ist irgendwo bei 3000 Anwendern vor dir, andere klicken da um 10 Uhr rein, und sind in drei Minuten drin, das ist halt, weiß ich nicht, aber so richtig fair gestalten, kannst du den ganzen Vorverkauf ja so oder so nicht, war auf jeden Fall eine wilde Nummer, weil die Karten halt wirklich, natürlich logischerweise, sehr schnell weg waren, währenddessen halt auch, gefühlt spannender, wie ein Kinofilm, so mittendrin, immer so kurze Meldungen von VfB, so kurz Warteschlange angehalten, weil wir irgendwelche, quasi so reservierte, aber nicht gekaufte Karten, wieder zurück reinwerfen, in die Auswahl und sowas, dann wurde es nochmal angehalten, und sowas hieß es mal, Gästebereich ist ausverkauft, denkst du, ja, scheiße Gästebereich, aber, was du auch gesehen hast, die haben viel, 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 viel mehr freigegeben, als nur diesen Gästebereich, dachte ich, ey komm, vielleicht kriegt da doch noch was, weil, wenn man jetzt mal guckt, was sie freigegeben haben, sind die Blöcke 25, 27, 29, 31, 33, aber wirklich den gesamten Unterrangbereich, der Südkurve, also sie wussten schon, da kommt ein Ansturm, weil normalerweise der Auswärtsblock, so offiziell ist dieser Bereich 24, 25, ne, also nur dieser kleine Bereich, ist der offizielle Auswärtsblock, sie haben uns den kompletten Unterrang gegeben, ähm, der natürlich logischerweise auch schnell ausverkauft war, ich kam dann irgendwann noch eine Stunde rein, und hatte so ein bisschen die Hoffnung, die aber auch dann wieder zunichtig gemacht wurde, durch VfB, äh, der offizielle VfB-Kommunikation, also VfB-Service-Team auf Twitter hat geschrieben, alles, was wir aktuell haben, ist vergriffen, alles ist ausverkauft, aktuell Block 34 da irgendwie oben, haben wir auch noch bekommen, auch ganz wild, ähm, weil die Hoffnung war, dass wir den Oberrang halt noch bekommen, weil der gesamte Unterrang ist freigegeben worden, äh, war, war schwarz, also alles ausverkauft, ähm, und man kam aber noch drin, Warteschlange lief aber noch, und man kam rein, um sich eben das anzugucken, dass unten alles ausverkauft war, und die Hoffnung war da, ey, vielleicht machen sie auch noch einen Oberrang, halt so stückweise, ne, hintereinander, äh, frei ist bisher nicht passiert, also die Blöcke 24, 26, 28, 30, 30, 32, die ja auch noch größer sind, da passen ja noch mehr rein, als in die Unterrangblöcke, äh, in Nürnberg, da muss man jetzt wohl darauf hoffen, also der VfB hat schon geschrieben, dass sie natürlich kommunizieren, wenn wir mehr Karten bekommen, aber sie nicht davon ausgehen, stand jetzt, dass wir noch mehr Karten freigegeben, äh, ja, freigegeben bekommen, für unseren Auswärtsblock, äh, also offiziell der VfB-Auswärtsblock ist das Thema vorbei, habe ich keine Karten bekommen, viele keine Karten bekommen, ähm, was es jetzt noch gibt, ist nächste Woche Donnerstag, also genau in einer Woche ab 12 Uhr, gibt es den freien Verkauf auf der Nürnberger Seite und da kann man dann hoffen, dass sie den Oberrang da freigeben, weil es gab auch so ein paar stimmlige Sachen, ey, ne, so, so baufälligkeitsmäßig, vielleicht haben sie ja Probleme mit Bauarbeiten, ich habe mal einen Nürnberg, äh, einen Unikollegen gefragt, der Nürnberg-Fan ist, der wüsste nicht von irgendwelchen Bauarbeiten und auch, haben wir selber geschaut, so archivmäßig, äh, als jetzt zum Beispiel sein Pauli da war, also Ende Januar, Anfang Februar, äh, war sein Pauli da, da gab es auch welche in Blöcken 24 und sowas, also im Oberrang, gibt es eigentlich keine Wartungsarbeiten oder Instandshaltungsarbeiten oder sowas, also der Oberrang müsste eigentlich schon ziemlich sicher freigegeben werden, Nürnberg-Fan hat mir auch nochmal gesagt, er weiß natürlich nicht, wie groß der Ansturm ist oder wie, wie viel Bock sie darauf haben, die Nürnberg-Fans, aber gerade hält sich die, die Lust, den Klub anzugucken, ein bisschen, bisschen tiefer, läuft ja nicht so gut in der zweiten Liga, trotzdem natürlich die Frage, Mitgliederverkauf haben die ab dem 13., also drei Tage davor, äh, bei Nürnberg, wie groß oder wie heiß man eben dann einfach auf dem Pokal- Viertelfinale ist, ne, vielleicht was anderes, wenn man in der Liga gegen St. Hausen spielt oder sowas, aber normalerweise kriegt Nürnberg ihre Karten selber nicht ausverkauft, das heißt, man kann sich schon durchaus berechtigt die Hoffnungen machen, dass man im freien Verkauf an Karten kommt, in Nürnberg, und dann eben auch vor allem hoffen, dass eben nichts passiert, wie irgendwie, wir geben Oberrang nicht frei aus irgendwelchen Gründen, sondern sie wirklich einfach gesagt haben, Oberrang, gehen wir einfach in den, in den Nürnberg-Verkauf oder in den freien Verkauf, wie auch immer, eben darüber an Karten kommt. Ich fände es generell komisch, weil da ist halt irgendwie Nürnberg-Fans über Auswärts-Fans sitzen, scheinbar war das aber auch in der Liga öfter so, in der Bundesliga auch schon öfter so, oder bei Nürnberg, dass eben in diesen Oberrang-Blöcken da eben auch mal Nürnberg-Fans saßen, obwohl unter ihnen Auswärts-Fans waren, also wäre alles nicht untypisch, also man kann sich schon Hoffnung darauf machen, dass so die Quintessenz, äh, VfB-Verkauf war brutal schwer, da irgendwie was an Karten zu kommen, heute Morgen, äh, die wenigen Glücklichen können sich wirklich glücklich schätzen und wir können, der Rest, der noch an Karten kommen will, kann sich zumindest berechtigte Hoffnungen machen, dass man im Mitglieder, äh, im freien Verkauf nächste Woche Donnerstag ab 12 Uhr bei Nürnberg noch irgendwie an Karten kommen kann und eben hoffentlich auch eben in diesem Oberrang über den VfB-Auswärts-Fans an Karten kommen kann, ähm, und da mal, bin mal gespannt, weil auch, anderes Thema, ich hoffe mal, dass man da auch dann an mehr Karten kommen kann auf einmal, ist ja oft so im Mitgliederverkauf, wie beim VfB ja auch, maximal zwei Karten, freier Verkauf ist meistens ja weniger begrenzt, also so vier, fünf Karten oder so sollten da schon gehen im freien Verkauf und dann, ja, mal gucken, was ich so in der Woche sage, was es da in der Woche so für Instagram-Sorches von mir gibt, weil das wird mich schon richtig ärgern, wie gesagt, ich bin ja ein Anspar vom Studium aus, das ist eine halbe Stunde, 40 Minuten weg mit der Bahn von Nürnberg, das Spiel zu verpassen, obwohl ich hier mit zwölf Millionen Tabs offen war und dann irgendwie freier Verkauf noch das Spiel zu verpassen wäre schon extrem, extrem ärgerlich, deswegen hoffe ich sehr, dass das nächste Woche im freien Verkauf in Nürnberg was wird. Dann würde ich sagen, war es das von diesem Mix aus VfB News und Vorbericht für den Samstag in Frankfurt, die Tipps gibt es morgen in dem weiteren neuen oder zweites Mal, aber so gesehen auch ein neues Format, das sagt die Statistik, so ein bisschen der Statistikblick auf die Bundesliga, auf den Bundesligaspieltag mit den Tipps mit Fokus auf den Abstiegskampf gibt es morgen am Freitag für euch, danke fürs Zuschauen, hier natürlich viel mehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.